Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema, Zulassungsvoraussetzung für die generalistische Pflegeprüfung. Was brauchen Sie alles, um für die Prüfung überhaupt zugelassen zu werden? Welche Formalitäten gibt es da, die zu erfüllen sind? Ja, das werden Sie alles in meinem folgenden Video erfahren. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Falls Ihnen das gefällt, was ich hier so umsetze und falls Sie mich unterstützen möchten und mehr erfahren möchten über Gesundheitsfachberufe, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich abonnieren und mir einen Daumen hoch hinterlassen. Um für die Prüfung zugelassen zu werden, bedarf es zunächst einmal ein Antrag. Ein Antrag zur Zulassung zur Prüfung. Ja und dieser Antrag wird in der Regel als Sammelantrag erstellt, so dass der gesamte Kurs dann einen Antrag stellt, an die Behörde geht. Denn für die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ist die Schulbehörde für zuständig und die reguliert das. Und diese Schulbehörde stellt dann auch den Prüfungsvorsitz. Entweder durch die Behörde selbst oder die Behörde benennt einen Menschen, eine Person, der die dann dem Prüfungsvorsitz übernimmt. Ja, um eben halt dann auch zugelassen zu werden, müssen Sie nachweisen können, dass es sie tatsächlich gibt in Persona, so dass Sie dann auch einen gültigen Personalausweis vorzeigen müssen, im beglaubigter Kopie. Das heißt, hier geht es darum, letztendlich zu sagen, ja mein Name ist und hier steht auch mein Name drauf. Ja, der nächste Punkt ist sehr wichtig. Sie müssen aufzeigen können, dass Sie eine praktische Ausbildung erlebt haben. Ja und hier hat jede Schule unterschiedliche Formblätter im Rahmen eines Ausbildungsordners, kann aber auch digital sein. Denn Sie als Auszubildenden müssen aufzeigen, dass Sie die gesamten Praxiseinsätze erlebt und umgesetzt haben. Ja, welche Praxiseinsätze in der generalistischen Pflegeausbildung möglich sind, werde ich hier oben einmal verlinken. Da habe ich hierzu auch schon ein Video gemacht. Ja, worum geht es hier? Hier müssen Sie aufzeigen, dass die gewissen Stunden in gewisse Bereiche umgesetzt worden sind. Besonders die Bereiche der Pflichteinsätze im Bereich zum Beispiel der Psychiatrie und der Pädiatrie müssen Sie unbedingt diesen Einsatz auch erlebt und umgesetzt haben. Wenn Sie länger erkrankt sind in diesen Pflichteinsätzen und mehr als zehn Prozent in diesem Pflichteinsatz gefehlt haben, ist dieser Pflichteinsatz nicht erfolgreich umgesetzt und hier besteht dann die Gefahr, dass die Zulassung entzogen wird, sodass Sie hier gegebenenfalls nicht zur Prüfung zugelassen werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie besonders auch in diesen kurzen Einsätzen Ihre Anwesenheit erfüllen. Ja, das heißt also, es gibt Pflichteinsätze, es gibt ja den Orientierungseinsatz, dann die Pflicht, wie schon gesagt, dann gibt es die Vertiefungseinsätze und hier muss man auf die Stundenzahl kommen und das im Rahmen von einem Stundenzettel eben halt auch aufzeigen. Ja, hinzu kommt, dass Sie dann auch Nachtdienste abdecken müssen. Auch diese müssten eben halt dann bescheinigt werden. Dann gibt es ja auch noch die gezielte Praxisanleitung. Die gezielte Praxisanleitung soll in diesen Einsätzen zehn Prozent der Einsatzzeit erfolgen und die müssen dokumentiert werden. Das ist ganz wichtig, denn die Schule setzt sich dann an diesem Ausbildungsordner hin und schaut sich dann an, ob Sie dann auch eben halt Ihre Pflichteinsätze und die Praxisbegleitung in den Einrichtungen erfüllt haben. Ja, zu den Praxisanleitungen von zehn Prozent kommt ja hin und wieder auch mal die Schule in die Einrichtung. Hilfe, die Schule kommt in die Einrichtung. Hierzu habe ich auch ein Video schon umgesetzt, verlinke ich auch noch mal hier oben. Was passiert eigentlich in so einem Praxiseinsatz in der generalistischen Pflege? Ja, diese Praxisbegleitung werden ja auch manchmal benotet, also benotete Praxisbegleitung und aber auch die Einsatzzeiträume werden mit einer Praxisbeurteilung bewertet und diese Noten werden dann über drei Jahre quasi zusammen sich angeschaut und diese Note sollte mindestens ausreichend sein. Denn diese Praxisnote, diese gesammelten Werke von Noten innerhalb der jeweiligen Einsätze sind dann auch die Vornote für die praktische Prüfung. Ja, was brauchen Sie noch? Sie müssen aufzeigen können, dass Sie eine theoretische Ausbildung erlebt haben. Das heißt, dass Sie eben halt die Stunden, die Theoriestunden und aber auch die Stunden im praktischen Unterricht, im fachpraktischen Unterricht letztendlich umgesetzt haben und auch hier dürfen Sie maximal zehn Prozent fehlen. Wenn Sie weit über Ihre Fehlzeiten hinaus sind, nur 250 und weiter darüber hinaus Stunden sind, dann haben Sie einen Großteil Ihrer theoretischen Ausbildung nicht erlebt und dann kann es sein, dass dann die Zulassung nicht empfohlen wird oder entsprechend nicht erteilt wird. Ja, die Schule hat hier die Aufsichtsfunktion. Sie überprüft die Ausbildungsordner. Sie überprüft auch, ob Sie auf Ihre Stunden da gekommen sind. Die Schule überprüft auch, wie oft und wie lange Sie gefehlt haben und würde dann im Rahmen einer Zulassungskonferenz der Schulbehörde empfehlen, ist zugelassen oder ist nicht zugelassen. Gewisse Eckdaten müssen der Schulbehörde auch bekannt gemacht werden. Entweder in ein Portal hochgeladen werden, sodass die hier auch einen Einblick bekommen, ob Sie gewisse Rahmenbedingungen entsprechend erfüllen. Die berufsbezogenen Lernbereiche haben hier eine besonders hohe Relevanz. Diese müssen mindestens über drei Jahre mit den Zeugnissen auf ausreichend, also mindestens ausreichend sein. Die berufsübergreifenden Fächern, wie es die in manchen Bundesländern gibt, so zum Beispiel in Niedersachsen, Deutsch, Englisch, Politik, Werte und Norm oder Religion, eins von beiden, die haben keine Relevanz für die Zulassungsvoraussetzungen in Bezug auf Notengebung. Wenn Sie dieses soweit alles erfüllt haben, wird die Schulbehörde Ihnen schriftlich oder in digitaler Form, elektronischer Form einen Bescheid ausstellen, dass Sie formal zugelassen sind zu den Prüfungen. Die jeweiligen einzelnen Prüfungen oder der Prüfungsstaat, besser gesagt, muss den Auszubildenden zwei Wochen vor der ersten Prüfung die Termine zugeteilt werden, sodass Sie sich darauf einstellen können, wann die jeweiligen einzelnen Prüfungen sind. Ja, nun denken Sie, was ist denn, wenn ich jetzt die Prüfungsformalität nicht erfüllt habe? Die meisten Auszubildenden bekommen eine Nichtzulassung, weil sie zum Beispiel in den Pflichteinsätzen ihre Einsatzzeit nicht erfüllt haben, dass sie zum Beispiel in der Pädiatrie kaum anwesend gewesen sind aufgrund von Krankheit. Der zweite Aspekt ist, warum Menschen nicht zugelassen werden, eben halt zur generalistischen Pflegeprüfung ist, die Fehlzeit in der Schule. Und hier stellen wir eben halt auch deutlich fest, dass die Fehlzeiten von den Auszubildenden in der theoretischen Ausbildung manchmal exorbitant hoch sind. Und hier kann ich nur empfehlen, achten Sie darauf, dass Sie nicht fehlen. Denn die meisten haben weit über 200-250 Stunden Fehlzeiten, die eben halt nicht zugelassen werden. Hier besteht allerdings die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen bei der Schulbehörde mit einer Begründung, warum sie zum Beispiel doch zugelassen werden. Und hier wird schon durchaus genau geguckt. Haben Sie gefehlt? Immer mal wieder? Hier und da ein Tag? Oder haben die Hälfte des Unterrichts nur mitgemacht? Vier Stunden? Die anderen vier Stunden sind zu Hause geblieben? Oder sie sind viel später gekommen? Dann sammelt sich da etwas an und das ist manchmal ganz schön viel. Ja, hier kann man einen Härtefallantrag stellen und hier wird geguckt, habe ich gefehlt am Stück, weil etwas mir passiert ist im Rahmen der Ausbildung. Ich habe eine Sportverletzung mir zugezogen und habe dann einen gewissen Zeitraum dann auch gefehlt. Dann kann das sein, dass die Schulbehörde sagt, ja, mit Empfehlung auch von Schule, wir können den zulassen. Und dann wird trotzdem zugelassen, trotz hoher Fehlzeit. Wenn denn die Noten zum Beispiel auch insgesamt gut sind. Die meisten fehlen aber nicht am Stück, sondern die meisten fehlen, ja, entweder die Hälfte der Schulzeit sind sie nicht da oder sie kommen deutlich später oder sie fehlen am Freitag vor dem Wochenende oder sie fehlen auf einem Montag und da sammelt sich manchmal dann schon was zurecht und dann kann das passieren, dass sie nicht zugelassen werden. Jetzt überlegen sie sich bestimmt, oh, was passiert denn, wenn ich darüber hinaus bin und nicht zugelassen werde? Ja, das ist übel. Und wenn sie dann nicht zugelassen werden, muss für den Zeitraum, wo sie eben halt gefehlt haben, auch geguckt werden, dass eine Ausbildungsverlängerung stattfindet. Oder wenn sie zum Beispiel in bestimmten Bereichen keine Anleitung erlebt haben und nicht auf diese zehn Prozent gekommen sind und ja, dann muss man sich überlegen, ob sie hier in diesem Fachbereich nachbeschult werden müssen. Oder wenn sie zum Beispiel den pädiatrischen oder psychiatrischen Einsatz gefehlt haben, dann müssen sie hier die Stunden eben halt dann auch nacharbeiten, um dann entsprechend auch zugelassen zu werden. Ja, und dann haben sie formal letztendlich die Zulassung bekommen. Für die Prüfung können dann auch an allen Teilen der Prüfung teilnehmen. Wenn sie denn diese Prüfung, alle drei Teile mit mindestens ausreichend bestanden haben, dann haben sie die Prüfung erfolgreich absolviert. Dann bekommen sie hierzu auch ein Prüfungszeugnis. Die Berufsurkunde oder die Zustellung der Berufsurkunde, um die Erlaubnis zu haben, dem Beruf Pflegefachmann oder Fachfrau den Namen führen zu dürfen, hierzu ist eine andere Behörde zuständig. In Niedersachsen ist es das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. Gut, dass ich da nichts vergessen habe. Das heißt also, hier sind zwei Behörden, die eben halt unterschiedliche Aufgaben haben. Die Schulbehörde schaut sich die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung an, dass es alles regelhaft umgesetzt wird, dass die Schule auch ihre Aufgaben erfüllt, dass die Auszubildenden ihre Formalitäten umgesetzt haben und nachweisen können, eine Ausbildung erlebt zu haben. Dann werden die Prüfungen umgesetzt. Hier wird dann eben halt die Prüfung zum Beispiel bestanden. Ja, nun habe ich das schon mal erlebt, dass dann die Prüfung bestanden worden sind und auch die Prüfung zugelassen ist. Nur wurde die Berufsurkunde vom Landesamt nicht erteilt. Warum kann das so sein? Denn hier gilt es nämlich noch zwei Aufgaben zu erfüllen. Für das Landesamt brauchen Sie noch, um eben halt die Berufsbezeichnung Pflegefachmann oder Pflegefachfrau führen zu dürfen, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, was von Behörde zu Behörde verschickt wird. Sollte es hier zum Beispiel einen Eintrag geben in Ihrem polizeilichen Führungszeugnis, dann muss die Behörde intensiver prüfen. Das heißt, dann wird auch die Akte vom Gericht quasi eingefordert und dann wird sich detailliert angeschaut, was überhaupt stattgefunden hat. Und dann kann das sein, dass das Landesamt dann sagt, wir erteilen Ihnen keine Berufsurkunde zu. Sie dürfen sich nicht Pflegefachmann oder Pflegefachfrau nennen, weil Sie quasi das Vertrauen und die Verlässlichkeit nicht aufzeigen, diesen Beruf auch so ausüben zu können. Ja, das wäre dann ganz schön hart, weil Sie dürfen sich dann auch nicht Pflegefachkraft nennen und dürfen auch als solche nicht arbeiten. Ich habe aber erlebt, dass es da auch Lösungsmöglichkeiten gibt, dass das Landesamt dann gewisse Auflagen erteilt, zum Beispiel, wenn die Bewährungszeit um ist, also wenn jemand rechtskräftig verurteilt wurde und eine Bewährungsfrist bekommen hat, dass danach der Bewährungsfrist und ein weiterer Zeitraum, wenn sich da nicht zu Schulden gekommen lassen wurde, darf dann die Berufsurkunde zugeteilt werden. Also muss man schon differenzieren. Ja, wir sind zur Prüfung zugelassen. Wir dürfen die Prüfung auch alle absolvieren. Aber da haben wir auf der anderen Seite noch das Landesamt, was wiederum auch eine Mitsprache hat, ob man diese Berufsbezeichnung führen darf oder nicht. Und hier sollte es doch ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis sein. Wenn Sie Einträge haben und diese zum Beispiel im Verlauf der Ausbildung kommt das dann zu einem Rechtsurteil, würde ich Ihnen empfehlen, sich an die Schule zu wenden, in Vertrauen an die Schule zu wenden und das entsprechend dort dann auch zu besprechen. Ja, ein weiterer Aspekt, den Sie auch noch benötigen, ist ein Gesundheitszeugnis. Hier wird dann attestiert, dass Sie körperlich und psychisch in der Lage sind, diese Ausbildung umzusetzen. Nicht diese Ausbildung, sondern dem, ja am Anfang der Ausbildung muss das auch sein, aber am Ende, dass Sie dann eben halt ihren Beruf auch ausüben dürfen. Zum Beispiel Substanzenmissbrauen. Also wenn Sie zum Beispiel eine starke Abhängigkeitsstörung haben und dann umgehen sollen als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau mit BTMs, dann sind hier Gefährdungen doch durchaus gegeben, wenn Sie aktuell sich in dieser Abhängigkeitsstörung befinden und eben halt ja, heroinabhängig oder sonstige Substanzen letztendlich auch konsumieren. Also, Sie brauchen polizeiliches Führungszeugnis für das Landesamt. Sie brauchen einen Gesundheitsattest, dass Sie körperlich und psychisch sind in der Lage letztendlich diese Prüfung auch zu meistern. Dann wird Ihnen auch die Berufsurkunde ausgestellt und zugeteilt. Ja, nun neigt sich das Video auch dem Ende zu. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Ja, hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch und abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie mich unterstützen möchten und das gut finden, was ich hier so umsetze. Ja, hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch.